trefferpunkte geschwindigkeit beschleunigt den baulade kapazität ja das will ich haben möglich das einladen von ehrengästen ok also müssen wir erst bauen die gebäude steine dann schauen wir mal schule was decken wir ab mit den schulen jetzt macht er mal die ganze insel auf spiele nur die universitäten sehen dann macht er mal die ganze insel auf will ich doch gar nicht okay das sind ja da ist ein kaufleutehaus ist der jetzt noch im einzugsbereich oder nicht ne ist er nicht ok dann machen wir dich mal weg und stellen da eine universität hin so der eine fehlt immer noch wenn ich die schule nehme ich nachher abreißen ist der weg das finden wir jetzt ganz einfach raus medikus feuerwache schule weg würde das nicht gehen ne wir müssen den ganzen straßenblock hier weg machen das wird ja wieder blöd wegen der feuerwache die wird ja nirgendwo rum kommen aber so würden wir die komplette insel abdecken das machen wir ja zack so jetzt haben wir unsere jetzt haben wir alle häuser abgedeckt hier drin stehen sogar das da oben ja das reicht noch jetzt haben wir uns mal ein bisschen baumaterial vergeigt aber egal siehst du reicht noch komplett deckt komplett alles ab so dann haben wir auch weniger laufende kosten eine schule haben wir noch gehört zack sehr gut so kann man gar nicht mehr upgraden okay die marktplätze auch nicht mehr gut wäre auch ein bisschen übertrieben irgendwann wenn du diese 50 level hochschroten könntest hat kein tranen mehr produziert aber weiter er ist gerade am produzieren okay ja gut ist halt mal leer gelaufen aber das ist nicht so wild könnte man aber eigentlich auch ausbauen mal fangen mit her das ist nicht so wild so ich wollte haben werkzeuge gehen wir mal kurz umlagern upgraden können wir die gar nicht schade müssen wir jetzt also einstampfen dann können wir nicht upgraden kriegen wir dahin ob dich so also jetzt muss man erst erforschen genau großes handelsschiff zack so vergrößerung der laderäume da können wir 60 tonnen pro lagerplatz mitnehmen anstatt 40 dann haben wir auch noch mal ein größer haben wir auch einen größeren puff auf die schiffen dann warte auf anweisung so du lässt dir mal aus so so wir sitzen hier aus naa edelsteine kommen wenn auch sehr langsam ach das ist wirklich langsam ok naja gut so aber pralinen produktion läuft da kommt schön was zusammen dann können wir hier auch schon mal anfangen gewächs wie noch pralinen wunderbar so so du kannst hier mal marmor mitnehmen bam können wir mal anfangen hier auslagern dass wir ein bisschen was auf tasche haben so wie sieht es aus mit nahrung ihre lagerhäuser werden von ratten so schon wieder drückt mir das einer rein oder was ist das ich weiß es nicht senat da da wieder so ein klein einzugsbereich hier das ist doch scheiße hm t t t t t t Alle, die rot sind, sind eingedeckt. Okay. Da. Es fehlt wieder Marmor. Aber hier können wir eine komplette Reihe an Häuser nicht abgedeckt mit. Hm. Scheiß Ratten hier. So. Okay. Ist doch kacke. So. Mehl wird weiterhin noch verknötert. Ach ja. Schutz vor negativen Ereignissen. Oh, sehr schön. Kommt ein bisschen zu spät. Das hätte Schneeite früher brauchen können. Die fressen mir jetzt die ganzen Lackhäuser leer. Kackfiecher. Mistfiecher. Okay. 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 So. das läuft. Scheiß Rattenplage. Ich fress mir die ganzen Lagerbestände weg da. Mistfiecher. Naja, egal. So. Da sind alles noch die Kleinen. Wir brauchen das noch eine Minute. Ja, die kann ich noch abwarten. Dann kann man mit dem großen Handelsschiff jetzt mal anfangen, die ganzen Inseln zu bevorraten mit Baumaterialien und was halt noch so anfällt. So. Okay. Na, komm. Man ist so ungeduldig. Man will das dann gleich haben. Großes Kriegsschiff und dann gehen wir auf Trocken-Dock und Laderauben. Ja. Boah, das wäre natürlich schön, das große Segler. Wenn die Schiffe schneller, aber ja, dann gehen wir auf die Kriegsschiffscharte. Und da will ich eigentlich nicht hin. 20 Stoffe. Hm. Okay. Wohin geht es? Ja, jetzt haut sie vor Vorrädern natürlich erstmal leer. Klar. Wir können los. Hm. Da ist selbst gar nicht viel dabei. Okay. Ein großes Schiff hätte ich gerne. Wobei, warte mal, ich habe da auch... Einer. Na, die sind alle unterwegs. Okay. Ja, gut. Dann bauen wir das später um auf zwei große Schiffe. Machen wir das später. So. Ich gehe jetzt erstmal bevorraten hier. Drücken wir mal noch so viele hoch, wie wir können. Sechs Häuser noch. Ja, das kriegen wir hin. Ein paar Ziegel, dann haben wir es ja schon. Dann haben wir hier nur Kaufleute auf der Insel. Sehr gut. Und freut mich, dass das doch so gut geht. Ist zwar, wir haben noch nie Plus gemacht bisher. Aber, gut. Es ziehen hier aber auch noch eine Stange Kaufleute ein. Aber das kriegen wir hin. So. So, jetzt haben wir 91 Kaufleute. Also 91 Häuser mit Kaufleuten. Da ziehen jetzt auch noch ein paar Leute ein. Wenn wir hier noch weitere Bedürfnisse gestillt haben, dann sieht das Ganze auch schon wieder besser aus. So, warte mal. Ja, der hat eben in der Nase gebissen, aber kam nichts. So. Marmor brauchen wir. Die 100 Marmor lassen wir mal unten auf der Insel. Das passt. So. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Ja, 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 ja. Wir können es vergessen hier. Vor lauter, lauter. Braucht Ziegel. Oh, warte mal. Können wir doch gleich mal hier mitnehmen, wenn wir eh gerade in der Nähe sind. Laden wir gleich mal auf. So, zack. So. Dann haben wir hier Ziegel. Okay. Blüten. Braucht Ambra. Achso, da brauchen wir wieder eine Walfanghütte für. Okay. Also wir würden erstmal vollrennen. Kann ja erstmal laufen jetzt. So. Marmor. Läuft stabil. Stoffe gehen langsam runter. Da können wir mal ausbauen. Das läuft ein bisschen leer gerade. Aber das haben wir schnell. Zack. Schaffarm. Schaffarm. So. Da zimmern wir jetzt mal eine ganze Batterie hin. Dann wir brauchen dann nachher auch zum Schiff verbauen. Und außerdem kann das ruhig auf Vorrat volllaufen hier. So. Dann reagieren wir gleich frühzeitig, bevor es leer läuft. Bevor wir dann nachher in dem Geschrei absaufen, dass es, dass die Vorräte wegrennen. So. Zack. 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 Äh. Da, 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 da. Schließen wir einfach hier an. Dann passt das. So. Sieben Webstuben, 14 Farmen. Das passt. Dann haben wir das gleich wieder bereinigt. Der Bischof reißt wieder. Da.